einen herzlichen willkommen zurück zu einer weiteren folge von scs software ach ja über 85 mal da verdienen unsere leute überhaupt kein geld was ist hier los am an der kohle fahrer manager der musik mal gucken was hier eigentlich abgeht die ist noch mitten auf der strecke mitten auf der strecke mitten 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 ach ne der ist fast am ziel während hier fast gerade losgefahren ist aber der müsste bald ankommen da sieht man keine details über seine aktuelle strecke auftrag schade eigentlich und die ganzen anderen ja noch viel mehr leute die ist auch gerade rausgefahren er kommt auch bald an er kommt bald an sie auch und sie auch okay also die drei dürfte auf jeden fall bald und geld einbringen und der andere da oben da war oder die andere der andere also bald kommt geld rein so zu hoffen so Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, da hinten sieht aber schon sehr hart nach PNG aus. Da hätte ich lieber ruhig noch ein paar richtige Bäume hinsetzen können. Aber diese PNG-Wand, die siehst du da, siehst du voll, dass das PNG ist. Also, einfache Sprite. Und keine 3D-Modelle. Oh. Am Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Böser Kredit. Ach ja, sie sind jetzt wieder am Hafen. Ach ja, sie sind wieder am Hafen. Ach ja, sie sind wieder am Hafen. Wie sch occupy mich gerade am Hafen widespread. Ach ja, sie ist sehrière. Ach ja, sie sind wieder am Frankly. Ach ja, sie sind wieder am Hafen einigienein anymore. Ach ich hab dir nicht impressionн Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immer geradeaus Die ZDF für funk, 2017 Immer geradeaus Die ZDF für funk, 2017 Ich hätte die lieb' ich auch mit diesen Wassergräben Sieht so cool aus Hallo? Am Keilsverkehr erste Ausfahrt nehmen Nimm diese Ausfahrt Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 3.000 Euro gerade mal, ist ja gar nichts Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ah, schon wieder Bühne? Holy shit. Es ist gerade mal 15 Uhr. Kurz schon mal wieder voll in der Nachtfahrt rein, wenn wir jetzt schon fangen gehen. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Wann war die anderen da vorne? Hätte aber gleich liegen bleiben können. Nimm diese Ausfahrt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020